. Obener Frauenfeld. Wir haben drei Mitglieder vom Bunker Inferno. Einmal der Gründer, Leiter und Chef vom Bunker Inferno, der Phil. Andererseits der LC1 und der Cynic. Zwei Hauptakteure vom letzten, vierten Teil und zwei Gewinner vom Bunker Inferno Pokal. Ja, ein authentisches Rapperleben ist für ihn ein grosses Anliegen. Darum gibt er sich insgeheim so Rappernämen wie MC Farbige. Und wenn er seine monatliche Rechnungen bekommt, lässt er sie lang liegen und steht jeden Tag cool beim Postkasten umeinander und sagt Ich warte auf Mähnäge. Er wird gerne frontal in den Arsch geschistet, doch letztes Mal ist ihm der Damm gerissen und er hat seinem Freund auf die Hand geschisst. Das ist super. Ist das, wenn man das niveautechnisch anschaut und vielleicht gerade bezogen auf Bunker Inferno, die viermal stattgefunden hat, habt ihr eine Niveausteigerung gemerkt im Bunker Inferno? Und inwiefern habt ihr das gemerkt oder wo? Ich komme zum Bunker Inferno 4, habe ich das Gefühl. Aber es ist eh so, wenn man es dort ja sieht, live ist es eh immer ein anderes Gefühl, als wenn man es auf dem Video sieht. Bist du live dabei, ist die Stimmung vom Publikum anders. Aber so im Grunde habe ich schon das Gefühl, im Bunker Inferno 4 ist bis jetzt das beste Bunker gewesen. Das sage ich jetzt nur rein aus Promotechnischen Gründen. Alle kommen ins Burbaki, aber irgendwann dann... Kaufen Tickets. Kaufen meine neuen Schuhe. Nein, das Bunker Inferno 4 war sicher am besten. Erstmal, weil es kaum Hänger gab. Und so Hänger hat es ja ab und zu gegeben und die scheissen einfach rein. Aber es ist natürlich übel, wenn man das hat. Aber trotzdem scheissen rein, dass du halt so... Wenn jemand einen Hänger hat, dann würde das automatisch die Qualität halt senken von einem Bunker Inferno, habe ich das Gefühl. Obwohl, aber man kann sagen, dieses Jahr hatte es mehr Leute dabei, die man eigentlich nicht so kennt. Das habe ich das Gefühl. Was man wahrscheinlich als Ausschnitt mehr meint, das ist wahrscheinlich nicht so geil, aber ich finde es qualitätsmässig ist es sehr unterhaltsam gewesen. Schon ab dem ersten Battle war es voll geil gewesen. Es war nicht so ein Spannungsbogen, der es so zugenommen hat. Und am Schluss war es am geilsten. Bunker intern finde ich schon, dass es eine Steigerung da ist. Man merkt einfach, dass sich viele Leute mehr Mühe gegeben haben. Vor allem Leute, die das letzte Mal dabei waren und jetzt wieder dabei sind. Die haben überzeugt. Und es hatten ein paar Leute, die sind so viele Fragezeichen gewesen, bevor sie mitgemacht haben, weil sie sich unter der Quali qualifizieren mussten. Ja, Potenzial ist da. Komm, nehmen Sie mal mit und schauen mal. Und von denen sind wir positiv überrascht. Das ist insgesamt, glaube ich, schon wieder eine Steigerung. Was nicht heisst, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Also man muss schon sehen, dass es noch einiges gibt. Wir müssen uns jetzt nicht mit Rap am Mittwoch vergleichen, weil dort gibt es auch viele einfach so die Studentenszene, wo es einfach lustig nimmt und sich nicht so textlich so ernst nimmt. Aber dann gibt es so die Ami-Szene, wo wir, ja, da müssen wir gar nicht am Vergleich anfangen. Es ist schon noch viel möglich. Und ich warte immer noch auf all die kleinen Rapper, die irgendwo sind, wie ich vielleicht, die keine Musik draussen haben oder noch nicht so präsent sind, aber das Rap-Ding oder das Acapella-Ding cool finden und irgendwie aus den Löchern krochen kommen. Und ich warte immer noch auf das. Das müssen wir vielleicht mal in so eine grosse Anmelde-Qualifikations-Video-Ding starten, wo dann jeder mal das Ding schicken kann. Und dann, wer weiss, was da rauskommt. Ja, also ich finde, jetzt hat es schon noch eine rechte Steigerung gegeben. Nicht nur battle-technisch, nämlich auch filmtechnisch. Also 110 ist natürlich seit dem Bunker 1 dabei und dort waren sie gar noch keine Firma. Und ja, jetzt mittlerweile sind sie schon irgendwie 10 bis 12 Leute, die dort mitwirken. Und das merkst du natürlich bei jedem Bunker mehr. Und ich glaube auch, dieses Jahr, jetzt abgesehen von der Qualität her, wird die Filmqualität extrem viel besser sein. Also es ist ja vorher schon recht geil gewesen, aber ich glaube, auf das können wir uns sehr freuen. Auf die Qualität des neuen Bunkers. Und aber auch von den Text her, weil klar, dieses Jahr haben wir weniger bekannte Leute gehabt, was aber nicht heisst, dass es schlechte Battles gegeben hat. Es war eher so, dass wir mal recht viele dabei hatten, die schon mehrmals battlet haben. Und das merkst du, weil Leute, die zum ersten Mal battlet haben, natürlich so eine Art wie eine Vorangst und verkackt eigentlich eher, als Leute, die schon zum dritten Mal bei einer Quali dabei waren oder schon bei 1-2 Bunkern selber. Und das merkst du mega an dem Bunkern. Die Leute wissen auch langsam, wie sie schreiben sollen. Das hast du auch mega gemerkt. Von den Pointen und so. Und ja, ich freue mich mega auf das neue Bunker. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, aber ich glaube, wir hätten es wirklich noch einmal toppen mit dem 4i. Was ist das so als Rapper? Wie sieht die ganze Vorbereitung aus? Lass doch kurz ein wenig rein blicken. Also ja, zuerst mal bekommst du mal das e-mail oder die Nachricht ein halbes Jahr vorher oder ein paar Monate vorher. Hure früh. Du kannst gerade anfangen. Aber das mache ich nur Opfers. Also wieder Sinn. Voll easy, Alter. Nein, ähm, ich würde es, ich bin dann meistens so, du darfst mich dann gerade nachher zurücktissen. Ich, ähm, kann das dann nie. Ich fange dann nie an. Ich fange immer, ich habe zwischen dieses Jahr einen Monat vorher angefangen. Nein, richtig angefangen, nicht. Zwei Wochen vor dem Bunker. Und innerhalb von einer Woche habe ich dann den Text geschrieben. Und dann hatte ich eine Woche zum Auswendig lernen. Aber es ist ein bisschen ein Dreischiss. Es ist eben, sehr risky ist das. Eine Woche ist nicht so mega gut. Wenn du noch saufst dazwischen, alles ist weg. Ich finde Bunker ist ein sehr geiles Format. Aber es ist psychischer Stress. Es ist übel. Dann bist du in diesem riesen Kreis und dann hat es Leute rundherum. Ein paar Kelps und irgendetwas. Einfach Leute von der ganzen Szene. Und dann, wenn du verkackst, bist du so ein Hund. Dann bist du so ein Hurensohn. Dann bist du nichts. So scheisse. So muss Gladiatorenkämpfen so gesehen sein. Lieber würde ich irgendein Verschosser oder von einem Leuzerfleisch dann bist du dort einfach einen Hänger haben. Das ist wirklich ein Kotzenübel. Dann bist du dort und willst du lieber in die Hose scheissen. Vorläufender Kamera. Vorläufender Kamera. Und dann bist du voll in der Flasche. Das geht irgendwie. Aber die Vorbereitung ist eigentlich so, ich hätte gerne ein halbes Jahr vorher schon angefangen. Aber ich kann das irgendwie einfach nicht. Sinnig, du hast ein halbes Jahr vorher schon angefangen. Ich weiss mal nicht, wie früh haben wir erfahren, dass wir... Vier Monate. Also in diesem Fall vier Monate vorher. Bei mir ist es so, wenn ich weiss, wer der Gegner ist, dann fängt es einfach an. Ich kann ja dann nicht daran denken irgendwie. Ich bin... Ich bin zu... Ja, aber es geht eben um den Moment, wo du nachher da stehst und nicht verkacken willst. Und es geht nicht nur, um den Text auswendig zu können, sondern du musst ihn, so wie in jeder Lebenslage auswendig, das bitten. Du läufst an einer Baustelle vorbei und das bittest du Scheiss und versuchst es trotzdem, trotz Ablenkungen zu schaffen. Weil erst wenn es unterbewusst einfach das bitten kannst, finde ich, kann man sich dann, egal was passiert, auf den Text konzentrieren. und kann nicht. Und um dieser Unsicherheit an zu entgehen, muss man sich früh genug mit dem befassen und der Text entsteht auch nicht. Also ich weiss nicht, wie man in einer Woche den Text schreibt. Es ist... Ich muss... Die ganze Zeit... Du musst es schön ein sein, ich schwöre. Also du musst wirklich die ganze Zeit daran denken, dass dir irgendein Scheiss einfällt und dann kommt erst mal die Idee, dann wird es mal ein Satz und dann wird mal das alles Grime. Und je nachdem, was du halt vor hast zu machen, kommt es nicht einfach so. Und dann... Man muss natürlich auch sagen, dass sich die Schreibstile vom Sinnik und von mir natürlich drastisch unterscheidet. Er hat natürlich einen krassen Vortrag gehalten mit gescheiden Scheisse und so wirklich übel. Das Jahr kann man schon sagen, das Jahr war schon der Psycho der Sinnik. Wirklich Psycho der Beste von allen. Ich bin natürlich mehr der Peach Weber vom CH-Rap. Natürlich, ich bin einfach ein paar lustige Sprüche am aufschreiben. Ich kann nichts anderes. Also ich wäre natürlich schon geistig im Stand wahrscheinlich. Das ist schon nicht das Problem. Aber wir haben natürlich einen völlig anderen Rap-Stil. Also ich glaube, er braucht sicher viel länger zum Recherchieren und krasse Plot-Twists zu machen. Und ich bringe einfach einen Witz, den ich irgendjemand anderem machen könnte, da drin rühren. Aber eigentlich steht dazu. Was ist jetzt für euch drei, vor allem auch für dich, das Highlight aus den Staffeln, die ihr jetzt miterlebt habt? Sinnik. Sinnik ist mein Highlight gewesen. Also einfach dieses Jahr sicher. Generell. Alte. Gehen wir ihn kurz rummachen. Nein, es war wirklich Psycho. Sinnik hat einen trockenen Arsch hineingefickt. Muss ich sagen, es war wirklich sehr gut. Nein, ich finde das Bunker allgemein einfach ein Highlight vom Jahr. Also ich habe das, wo das neu herausgekommen ist, die ersten zwei, habe ich einfach gar nicht daran gedacht, selber mal mitzumachen. Und das war für mich auch dann ein Highlight, das zu schauen und all die Rapper, die man sonst irgendwie kennt, zu sehen, wie sie sich machen im A Cappellabel. Und dann selber ein Teil davon dürfen sie... Also man merkt es an all den Sachen, die zurückgesteckt werden während der Vorbereitungsphase auf den Bunker, am Tag vom Bunker. Und für mich... Es ist einfach geil. Es ist wirklich... Also ein riesiges Kompliment an 110, die Jungs, was für Arbeit sie machen, was sie sich für Aufwände aufnehmen. Ohne Geld, weißt du? Ohne irgendwie Geld dafür zu verlassen. Und das ist... Ja, und sonst gibt es halt in jedem Battle so kleine Highlights. So ein Battle als das ist mein Highlight gewesen, kann ich eigentlich nicht sagen. Aber es gibt so viele kleine Highlights, wo man sich darüber erfreuen kann, dass es so geile Momente gibt, dass wir die leben dürfen. Und freut euch aufs Kino, würde ich sagen. Schliesslich hat er sein letzten Battle fast zu einem Fussfight erklärt. Und dabei so aggressiv und geschrien, es hat das sonst keiner gecheckt, was er im Partner ausgeteilt hat. Anstatt dass er da hinkommt und die angespannte Stimmung gegen die Mimik ein bisschen aufheitert, hat er so laut alle angeschrien, dass der Insi und der Esad aus Reflex ihre Gebetsteppich ausgebreitet haben. Ein weiteres Highlight ist auch für uns immer die Lines, die droppt werden. Ich habe ein paar hier aufgeschrieben bekommen. Ich lese sie vor und ihr könnt mit Schlag auf den Tisch euch melden. Derjenige, der zuerst rausfindet, von wem die Line ist, bekommt einen Punkt. Und es sind insgesamt etwa vier. Also es geht schnell. Er ist nur ein Fussballer-Groupie, er hat nur am Sinedine Sinedine. Esst sie. Bam! Ich tue dir mal Essen, als ständig zu kiffen. Schon ins Burnout. Correct. Er ist so eine Bussi, er verliert kein Paddel, er wird ausscheiden. Das ist Johnny Boxus. Nein. Falsch. Ich weiss jetzt wel. Ausscheiden! Er hat gesagt, ausscheiden! Nein, nein. Hast du wirklich mal gesagt? Ja, nein, sag. Wir sind durch. Danke viel, viel mal. Wenn dir noch irgendwas sagen, rede bei der Kamera hier. Ähm. Hure geil, man. Shoutouts an Lyrics. Cooler Shit. Old, ihr habt es von nichts hierher geschafft. Ich schwöre, von nichts. Ihr habt auf der Strasse Fussball gespielt und jetzt habt ihr es hier in das Zelt geschafft. Motherfuck! Ich schwöre. Schöre. Ich schwöre.